Hier nochmal ein abgefahrenes Produkt, und zwar ein Sicherheitswinkelschleifer. Kannst du hier den Zweithandgriff nicht entfernen. Du kannst auch die Schutzhaube nicht entfernen, aber du kannst dir den Griff in verschiedene Richtungen bewegen. Und du musst immer beide Hände hier am Gerät, sonst läuft das nicht. Ist eine Bremse eingebaut, innerhalb von einer Sekunde steht das Teil. Weiß nicht, was meint ihr dazu? Taucht das was? Macht das Sinn? Soll halt Unfälle vermeiden, ne?